Jo, zurück sind wir. Auch schon. Magst du irgendwas abnehmen? Nee. Warte. Du musst hier irgendwas ablegen. Obwohl, das kann ich ja mal hier im NPC-Dorf lassen. Eigentlich. Du musst mehr ablegen. Ja, ich nämlich auch. Das. Das kann weg, das kann weg. Das kann noch weg, das kann weg. Warte, dann lege ich die Truhe, lege ich dann hier hin und dann packe ich da jetzt das. Habe ich auch nochmal Sicherheitsreiber mit. Gut, und damit bin ich auch voll. Ist ja gut. Würde ich mal sagen, laufe ich mal wieder zurück. Boah, dieses Notärlaufen, da bräuchte man jetzt das aus Feed the Beast Ultimate, dass man so eine Karte hat, wo man dann Waypoints hat und dann kann man einfach sagen, jetzt da und dahin teleportieren und dann passt das. Mal dahinten, Pete. Aber ich habe ja schon recht viel entdeckt. Und ich darf jetzt diesen Ofen hier abbauen. Boah, der Stein braucht so lang. Ja, ich bin voll, ich kann dir da nicht wirklich helfen. Außerdem bin ich schon bei meinem Haus angekommen. Also bei meinem schönen Baumhaus, genau. Jetzt fehlte mir gerade der Wortschatz. Schlimm ist das. Ach komm. Schlimm ist das. Und ab. Hier ist ja noch nichts. So, würde ich sagen, mache ich das aber in die nächste Etage. Hier so irgendwo hin. Part Builder. Tool Station. Und das dritte war. Da. Der Stick Table. Was weiß ich. Kommt alles hin. Den Stancing Table brauchst du nicht, sofern du die Vorlagen hast. Das habe ich. Heißt, hier soll eher eine Truhe hin, wo ich die ganzen Vorlagen rein tun kann? Da gibt es eine spezielle Truhe dafür. Echt? Kannst du da nicht einfach eine ganz normale Truhe nehmen? Kannst du. Kannst du sagen. Kannst du sagen. Das schon. Aber die spezielle, hat die spezielle Eigenschaft. So. Gut, jetzt habe ich natürlich gar keine Truhe mehr, aber ich habe ganz viel Holz. Ich habe schon 32 Steine. Junge, das Holz sieht ja mal mega eklig aus. Welches? Das ist von diesen Riesenbäumen. Grün. Ja. Richtig eklig. Kannst du mir geben. Also deswegen. Ich nutze das grüne Holz immer nur für. Also. Ich habe daraus jetzt Kisten gemacht und Sticks und so was alles. Ja. Davon nutze ich das auch immer. Fürs Bauen kann man das nur speziell verwenden. Du kannst es mir geben. Ich würde da gerne was draus bauen. Aber bei mir sind noch keine Bäume gewachsen. Weil mir müssen erst noch Bäume wachsen. Ich muss dann gleich noch ein bisschen mehr Holz. Ich würde dann nämlich gern mein Haus schön machen. Schön besonders. Und was willst du farmen? Diamanten. Diamantenfarmen geht in den Dungeon rein. Ja. Habe ich eigentlich vor. Ja. Aber da komme ich dann mit. So ist es nicht. Achso. Du wirst mir also die Diamanten streitig machen. Äh. Ich weiß gar nicht wie viel ich brauche. Auch eigentlich Obsidian. Bekundest du grad neue Gegenden? Nein. Ja. Schon komisch. Ich bin grad dabei noch abzubauen. Und der letzte Stein. Der letzte Stein. Der letzte Stein. Server is crushing. Ja genau. Jetzt im Ernst? Nein. Was sagen? Stumpf. So ich muss aber mein Inventar ausleeren. Genau hier wollte ich noch Kisten planten. Aber ich glaube das geht gar nicht auf Glas. Auf Glas? Klar kannst du es bauen. Inbauen. Ich glaube das ging mal nicht. Ging irgendwann mal nicht. Ging irgendwann mal nicht. So. Ich weiß gar nicht. Ich glaube ich mache hier vorne meinen Ofen hin. Was den baue ich noch nicht. Genau das Bett. Da muss ich gleich mal überlegen wo ich das hin tue. Das und das und das und das und das. Und das. Räuchte ich. Ach. Inventar Tweaks ist drin. Sehr schön. Fällt mir gerade mal so auf. Hast du einen Knochen? Ja. Hab ich. Ich mag meine zwei Bäume wachsen lassen. Das läuft jetzt aber. Also läuft diese Version grad auf der 1.6. Oder 1.5 irgendwas. 1.5. Ja dann wird dir ein Knochen nicht reichen. Dann brauchst du wahrscheinlich zwei oder drei Knochen. Aber selbst die habe ich. Also kein Problem. Wo bist du denn? Wo ist denn diese komische Zunge? Hier hinten ist die. Da sehe ich ihn lang hopsen. Hap. Ob du mir hier meine Bäume groß machen kannst. Weil ich grad rum baue. Diese rosa ne? Ja. Ich habe jetzt mal 15 Bohnen. Mal gucken wie viel ich brauche. Guck. Denn das passiert ja nur das. Oh lol. Muss ich mich verarschen. Geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Normalerweise braucht man da 3 bis 4 für einen Bau. Und das blöde ist an den Dingern. Die haben kein Trecapitator drin. Haha. Aber sie haben so das geile Holz. Ist doch gut. Schafe haben ja nur 8 Leben. Was soll das denn? Wenn du es so wirst. Das Holz sieht aus wie die Blätter. Das ist das geile. Sehr ähnlich. Aber du hast einen richtig schönen großen Baum gespawnt. Lob ich mir. Ja. Das ist halt meine Gabe. Boah. Und ich brauche echt eine Diaspitzhacke. Immer wenn ich Diamanten sehe, habe ich keine passende Spitzhacke dabei. Das regt mich echt auf. Nicht meine Eisenspitzhacke. Nee. Stimmt. Die könnte ich jetzt natürlich machen. Das ist natürlich eine Idee. Mach ich mir dann gleich mal eine Eisenspitzhacke. Das einzig blöde an so riesigen Bäumen ist das Abholzen ohne Trecapitator. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich nervig ist. Vor allem wenn die Äste dann auch noch so weit reichen. Aber, hör mal was wir mal machen. Der ist zum Glück sehr offen. Löck. Nice. Jaja, ist ja gut. Irgendwo bei mir in der Nähe springt ein Slime rum. Wo? Ich habe keine Ahnung wo. Don't worry. Be happy. Und jetzt weiss auch in der Nähe springt ein Ding. Was? Ja, das war das so weit ist. Wir sehen uns dann wieder mit der Nähe springt. Wird es gerade Nacht? Ja, es wird gerade dunkel. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Holz daraus bekomme. Ich habe fast ein Stack Holz daraus bekommen. Stimmt, mein Bett sollte ich setzen, aber das habe ich immer noch nicht gemacht. Gut, dann komme ich mal nach Hause, setze mein Bett und dann mache ich mir mal eine Eisenspitze, damit ich für den Fall, dass ich mal wieder Diamanten sehe, die ich auch abbauen kann. Grunz, grunz. Das Schwein sagt mir ja auch. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ich gehe ja schon aus deinem Gebiet. Das Holz sieht so rosa aus und du willst dir daraus ein Haus bauen? Wieso? Warum nicht? Ich brauche noch ein bisschen von dem grünen Holz. Ja, da musst du dann mal zu mir kommen. Oder ich gebe es dir gleich, weil ich muss vielleicht nochmal zurück zum Dorf. Was hast du gesagt, wenn du schläfst? Ja, ja, ich muss jetzt erstmal hier vorbeilaufen. Bring mir ein bisschen Karotten mit. Ich lege dir mal ein paar Karotten aus, ne? Ja. Ich bin brav hinterher wie das Schweinchen. Seriut? Habe ich mein Schild nicht mehr? Ich habe mir so ein verdammt scheiß Schild gemacht. Macht zwar nur einen Schaden, aber... Verdammt scheiß Schild? Fucking Schild. Ja. Also das Schild, was du aufstellen kannst, so eins ungefähr. Es heißt, es ist ein Battle-Sein, aber es macht einen Schaden, ne? Könnte ich genauso gut, glaube ich, mit der Hand zuhauen. Hallo, mehr Battle kriegst du einfach nicht. Alter, ja, das sind jetzt wirklich sehr viele Setzlinge. So, ich schlafe da mal, ne? Ja warte. Bin gleich da, bin gleich da. In meinem Himmelbett. Liege. Ich liege Apropos die Folge Dachte ich mir schon Also bis zum nächsten Mal, tschö